John McWhirter – Spaziergang durch eine alpine Blumenwiese Der schottische Landschaftsmaler John McWhirter wurde 1839 in Slateford nahe Edinburgh als viertes von sechs Kindern geboren. Sein Vater arbeitete in der Papierfabrik in Collenden, einem Vorort von Edinburgh, der Standort von Fabriken für Textilien, Schnupftabak und Papier war. Im Alter von elf Jahren verstarb sein Vater. Die Arbeitsweise des Malers zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er Studien direkt draußen in der Natur anfertigte und sich durch die schottischen Highlands sowie durch seine Reisen durch Europa inspirieren ließ. Er verbrachte viel Zeit für diese Studien in den Highlands und reiste seit seinem 16. Lebensjahr auch regelmäßig nach Kontinentaleuropa, unter anderem nach Deutschland, Österreich, Italien und Norwegen. Seine naturnahen Landschaftsbilder sind sehr detailgetreu und wenig melancholisch. Vorwiegend zeigte er dem Betrachter in einem Großteil seiner Bilder die faszinierenden Landschaften der Highlands mit blauen Seen, schottischen Tannen und Birken. Manchmal waren sie inspiriert durch seine Europa-Reisen, jedoch auch italienische Seenansichten und alpine Wiesen sind darunter. Seine Begeisterung für die Alpen zeigt sich unter anderem an diesem Bild, welches 1892 ausgestellt wurde. Es zeigt Tirol im Juni. Es handelt sich um ein 126 x 187,1 cm großes Ölgemälde auf Leinwand und befindet sich heute im Bestand der Tate Gallery. Der Betrachter findet sich inmitten einer alpinen Wiesenlandschaft und blickt in die Tiroler Alpen. Während entsprechend der Jahreszeit auf der Wiese verschiedene Pflanzen blühen, sind die oberen Berghänge des Gebirges noch leicht mit Schnee bedeckt. Links im Bild am Berghang sind in der Ferne Hütten und Gehöfte zu sehen. Rechts befindet sich ein Holzzaun und dahinter ist ein Ort zu erblicken, aus dem vor allem der hohe weiße Kirchturm mit schwarzem Dach emporragt. Ein kleiner Pfad schlängelt sich durch das Blumenmeer, inmitten dessen eine Frau mit Hut und Korb Pflanzen sammelt. Ihre Identität ist nicht zu erkennen, sodass sie anonym bleibt. Verschiedene alpine Blumen befinden sich auf der blühenden Wiese, darunter Löwenzahn. Dominierend sind die weißen Blüten, die von der Alpenmargerite stammen könnten und die blauen, glockenartigen Blüten, die vermutlich auf die Alpenglockenblume verweisen. Während seine Vorliebe den schottischen Highlands galt, so schafft es John McWhirter auch in dieser alpinen Ansicht, den Betrachter für die Landschaft zu begeistern und ihn im Geiste mit auf einen Spaziergang durch diese Blumenwiese zu nehmen. Er ist imstande, im Betrachter das Gefühl hervorzurufen, sich selbst ein Holzkörbchen zu nehmen und alpine Pflanzen und Kräuter sammeln zu wollen, so wie es die Dame mit Hut tut. So wie es die Dame mit Hut tut, so wie es die Dame mit Hut tut,